Zu diesem Zeitpunkt in der Europa League ist jeder Gegner eine schwere Aufgabe. Natürlich haben wir Respekt vor Feyenoord. Der Verein hat eine großartige Geschichte und konnte 2002 diesen Wettbewerb gewinnen. Auch in der Liga spielt Rotterdam sehr gut. Wir wissen, dass der Verein ein großartiger Gegner sein wird. Wir wollen in der Serie A gewinnen, aber wir können die anderen Resultate nicht beeinflussen. Es ist wichtig, die Meisterschaft so gut wie möglich zu beenden. Hoffentlich auf dem ersten Platz, aber das braucht Zeit. Wir wissen, dass wir den Rückstand auf Juventus Turin verkürzt haben. Es wird also eine tolle Herausforderung.